Das ist die Mutter, die frisst ihr ihr eigenes Kind. Und was ist der Vater? Der Vater ist extra eingesperrt. Der kennt Lala als Feind und würde sie zerbrechen. Ja. Ja. Die Mutter ist aber. Und die Mutter können alle, wir sollten alle mitnehmen. Denn das kommt immer noch an. Das ist doch gut. Ja, das haben wir fast gedacht. – Ich schreibe die Mutter ab. Das ist tot und das sind Stangen. Und das sind Körner. Was macht alle da? Die ist nicht in Bongo, Alter. Wo ist die? Das ist Lade. Guck mal, die Mutter, Alter. Die ist so ein richtiges Biest, Alter. Alter, Alter. Alter, wenn die... Stell dich mal hin. Lass mal versuchen, ob da ein Flattes ist. Vielleicht flack oder nicht? Die Mama. Die Mama. Die Mama. Kannst du sehen? Untertitelung des ZDF, 2020